Die schönsten Frisuren haben immer nur die anderen. Und Sie selber bekommen Ihre Haare einfach nicht in den Griff? Oh je, die Zeit verrinnt. Wer kennt das nicht? Vergeuden Sie nicht länger wertvolle Stunden vor dem Spiegel. Twin Hair Clip, der 2-Minuten-Style für den perfekten Auftritt. Zaubern Sie sich jederzeit und überall die perfekte Starfrisur. Im Handumdrehen, damit Sie sich gut fühlen. Und so einfach geht's. Haare zusammendrehen, mit dem ersten Kämpchen fixieren, Seite wechseln, das zweite Kämpchen feststecken, fertig. Die Frisur sieht klasse aus und hält ganz sicher. Die elastischen Schmuckbänder halten selbst widerspenstige Strähnen ganz fest im Griff. Das sitzt. So machen Sie auch beim Sport immer eine gute Figur. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie jeden Tag eine neue Frisur. Nehmen Sie nur einige Strähnen für einen femininen Look. Arbeiten Sie nach und nach die Haarpartien in die Schmuckbänder ein und kreieren Sie so eine elegante Abendfrisur. Zeigen Sie dem Alltag die Stirn. Mit einer frischen, jungen Frisur, die gute Laune macht. Twin Hair Clip. Der 2-Minuten-Style für den perfekten Auftritt. Das ist kinderleicht und hält selbst bei Problemhaaren. Fein und fließend glatt, dick und kaum zu bändigen. Twin Hair Clip hat alles im Griff. Dauerwelle, Stufenschnitt, Extensions und die viel zu kurze Übergangsfrisur. Mit Twin Hair Clip gelingt's im Handumdrehen. Die Zwillingskämpchen halten jedes Haar ganz fest, ohne zu zippen. Und die Frisur sitzt selbst nach einem langen Tag noch wie gerade neu frisiert. Der modische Haarschmuck passt zu jedem Outfit und lässt sich bei Bedarf ganz leicht unter fließendem Wasser reinigen. Twin Hair Clip. Der 2-Minuten-Style für den perfekten Auftritt. Gleich ausprobieren und so gut fühlen. sie bez connection mit alguém três Mal zusammen. Einfach alignment mit einer glatt und zwei Zwillingskämpchen werden.